Noch einer? Los, lauf mit den anderen nach Hause! Herr, hab doch Gnade! Wir können nirgendwo hin. Für uns heißt es Novigrad oder der Tod. Jetzt reicht's mir aber mit euch! Schiebt ab! Sonst lass ich euch aufspießen! Sie sind verzweifelt. Lass sie durch. Ich sehe nicht, was daran schlimm sein soll. Verdammt nochmal, wie oft muss ich es wiederholen? Ich habe Befehl, jeden abzuweisen, der keinen Passierschein hat! Lass sie durch, bevor ich wütend werde. Hä? Soll das eine Drohung sein? So redest du nicht mit mir. Oh nein! Schluss jetzt! Packt ihn! Jetzt! Gemeinsam! Gute Leute! Helft ihr! Magie! Bringt diesen Hurenbaum um! Der Hündersohn ist ein Hexer! Deine Mutter treibt's mit Ziegenböcken! Kreist ihn ein! Verdammt! Na komm schon! Wirst du um Gnade bitten? Danke! Wir können nirgends mehr hin. Norvigrad, das ist eine Chance auf ein neues Leben. Bleibt von den Straßen weg, sonst lauft ihr in die nächste Patrouille. Das soll uns nicht nochmal passieren. Wir werden vorsichtig sein wie Hasen auf offenem Felde. Aber du bist doch ein anderes Kaliber als wir. Eher wie der Held, der im Grab in den Buckelhügeln liegt. Das Grab befindet sich in einer Höhle in den Hügeln. Die Leute sagen, dass darin unglaubliche Schätze liegen. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Viel Glück! Das war's für dich.